Hallo, ich bin's Carsten Stahl, ein Bürger und Vater und unser Land. Und ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland und Österreich. Ich schütze Kinder. Wir schützen mit Bündnis Kinderschutz Kinder. Und wir haben dabei sogar schon Gesetze in den Bundestag getragen. Und wir warnen vor Gefahren, die die Kinder betreffen. Und hier haben wir jetzt wieder einen Tweet von Herrn Lauterbach, der den ganzen Tag ja nicht anders tut als twittert und Angst und Panik von sich zu ihm, den er getwittert hat, auf Twitter. Und den lese ich jetzt mal vor, dann werde ich den noch kommentieren. Professor Karl Lauterbach, jetzt beginnen schwierige Wochen für Kinder. Keiner will Auswahl von Unterricht. Auch ohne Maske wäre alles einfacher. Trotzdem, es gibt leider Hinweise, wie die Studie aus Norwegen, dass Covid auch Kindern schaden kann. Daher sollten auch Kinder geimpft sein, wie Stiko empfiehlt. Merkt ihr was? Der Panikminister fängt wieder an mit der Kette zu rasseln. Wissen Sie, Herr Lauterbach, es gibt kaum einen anderen, der während dieser Pandemie so viel Scheiße erzählt hat, so viel Unwahrheiten, so viel Widersprüche von sich gegeben hat, wie Sie. Sie haben so einen Mist bisher erzählt und Sie haben die Menschen bewusst oder gezielt oder weil Sie keine Ahnung haben, belogen. Alleine Ihre Aussage im letzten August. Sie können nicht verstehen, dass die Menschen eine kostenlose nebenwirkungsfreie Impfung nicht annehmen. Da haben Sie gelogen. Und das revidieren Sie ja auch heute. Das haben Sie anscheinend nie gesagt, nicht wahr? Es gibt nur viele Möglichkeiten. Sie haben entweder keine Ahnung, dass jedes Medikament noch eine Nebenwirkung haben kann, oder Sie haben die Menschen bewusst belogen, um ihre Ziele durchzusetzen. Ich glaube, ich habe ja da meine eigene Theorie. Aber wissen Sie, dass Sie jetzt wieder anfangen, hier diese Scheiße von sich zu geben und vor allen Dingen die Kinder, auf dem Rücken der Kinder diese Nummer hier abzuziehen, kotzt mich an und kotzt viele Millionen Eltern an. Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit durch Ihre Unwahrheiten und Ihre Widersprüche verloren. Da geht man ja schon zum Kaspar, wenn man überhaupt noch über Sie redet. Dass man überhaupt noch über Sie redet, ist unerträglich. Ihre Machtinteressen und sich selbst, Ihr Ego zu streicheln, ständig in irgendwelchen Talkshows zu sitzen, ständig in den Medien zu sein. Ich wehe es, da geht Ihnen einer ab. Da freuen Sie sich und dann klatschen Sie endlich Aufmerksamkeit. Aber auf wessen Kosten? Auf die Kosten der Kinder? Auf die Kosten der Menschen? Meine, wisst ihr, wenn jemand das loben möchte, was Herr Lauterbach erzählt, dann lobt das doch. Könnt doch an Weihnachtsmann loben, auch an Pinocchio und Pippi Langstrumpf, und da alles machen. Könnt alle tun, ist eure freie Entscheidung. Ist genauso eure freie Entscheidung, ob euch impfen lässt oder nicht. Aber wissen Sie, Herr Lauterbach, wir haben Sie gewarnt. Wir haben Sie und auch Herrn Spahn damals gewarnt, noch vor dem ersten Lockdown, dass, wenn ihr die Kinder in die Lockdowns gebt, dass die Kinder einen hohen Schaden nehmen durch Missbrauch, durch Gewalt. Auch Suizide werden steigen. Alles genau, das ist eingetreten. Sie haben nicht gehört. Heute versuchen Sie, das alle zu revidieren. Und jetzt fangen Sie schon wieder an und quatschen von Masken. Ihr, ihr, die Heuschler schlechthin. Ihr habt hier eine Maske tragen. Ich meine, gut, dass Sie immer eine tragen, ist ja wenigstens. Sie müssen ja die Show da durchziehen. Aber, ob es der Obermeister ist, Herr Scholz oder Herr Habeck, die über den Wolken ohne Masken fliegen und Sie sagen dann auch noch, ja, dann ist das halt so. Wie arrogant, wie ignorant seid ihr eigentlich. Und dann jetzt auf dem Oktoberfest hat man euch sehen, eure grünen Ampelkollegen, wie sie da feiern. Holla, wir sind die Besten, wir sind die Schönsten. Nicht nur, dass wir in einer Pandemie, wo alle keine Kohle haben, mit fetten Biercreme und Weißwürsten anstoßen. Nein, wir stehen über allen Maßnahmen und Regeln. Und wenn man dann ihre Schwafel hört, wie sie das irgendwie versuchen wollen zu begründen, ja, und wie sie begründen wollen, warum den Flugzeugen keine Masken mehr braucht werden und in den Bahnen schon, Mann, wenn man diese Scheiße hört, ja, so viele Widersprüche, ja, wie Viruse von A nach B gehen und dann auf jeden Fall aussteigen, wo da da sind und da nicht, das ist so unglaublich. Und wissen Sie, wenn es sei Ihnen, Herr Lauterbach, wollen Sie doch noch Jahrzehnte da drin bleiben, weil Sie hatten vorher nichts zu melden, ein Kind hat sich vorher für Sie interessiert und jetzt ziehen Sie die Nummer hier durch, damit Sie auch Jahre hier weiter in der Machtposition sind, weiter was zu sagen haben. Und deshalb brauchen Sie auch diesen Virus. Und jedes Mal kurz davor fangen Sie wieder an, Panik zu machen. Aber wissen Sie was, was mich ankotzt, Sie können jetzt im Bundestag mit euren ganzen anderen Leuten da abziehen und machen und ihr Scheiße labern. Aber wenn es auf den Rücken der Kinder geht, da gehen bei mir die Warnsignale los und da schreie ich auf als Kinderschützer. Im Gegensatz zu Ihnen schütze ich nämlich Kinder und das schon seit Jahren. Ich habe vor Jahren noch nie was von Ihnen gehört und noch nie vor zwei Jahren und da ja noch nicht mal was von Ihnen gehört, dass Sie in irgendeiner Weise sich für die Kinder einsetzen. Denn es ist, was ich mitkriege, ist, dass hier immer bloß gefordert wird, impfen, 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 ja, und wenn es dann mal auf Aufklärung geht, da wird doch immer geschwiegen, da wird doch nicht darüber redet, was da alles so ist, ja. Ich weiß, hier konnte der Dandeljagen mit irgendwelchen Nazi-Theorien und Schwumler-Theorien abtun. Aber jetzt, wo so viele Fragen sind, werden Sie nicht beantwortet. Und jetzt fangen Sie schon wieder an, nicht nur, dass Sie in der Schule rumrennen und die Kinder da irgendwie manipulieren wollen. Nein, Sie fangen auch hier an wieder zu twittern. Wissen Sie was? Tun Sie mir in den Fallen. Löschen Sie endlich Ihren Twitter-Account und machen Sie endlich Ihren verdammten Job und hören Sie auf, Ihr Ego zu polieren mit irgendwelchen Medienauftritten, nur um sich irgendwie in Szene zu setzen. Das ist unerträglich. Sie sehen mir als Mensch vollkommen egal. Ich wünsche Ihnen alle denkbare Jute. Aber was Sie hier mit den Bürgern machen und vor allem mit den Kindern, ist untragbar und auch nicht mehr hinnehmbar. Und da muss man auch aufschreien, weil es einfach reicht. Es reicht und es stinkt zum Himmel. So viel Scheiße. Und immer wieder, genau dann, wenn es soweit ist, immer wieder, man kann danach die Uhr stellen, nach so viel Mist. Kinder-Varianten. Alle werden sich sterben, wenn sie nicht bis März impft sind oder in Lesen. Und wie ganz eine Scheiße alle tieß. Und das muss man mal nennen. Und lassen Sie uns doch gerne in meiner Talkshow sitzen. Ich würde gerne mal sehen, wie sie vor mir rumstammeln und diese Scheiße davon sich geben. Ich werde mich bestimmt nicht mit Sicherheit zurückhalten. Ich mag vielleicht eine Frau Maischberger machen und ihn da vielleicht oder auch der in oder anverlesene Gast. Aber mit mir nicht. Mit mir nicht. Ich erhebe meine Stimme, weil es mich einfach ankotzt, was hier ist. Und ob ihr euch impft und ob ihr euch nicht impft, ist doch eure freie Entscheidung. Ihr könnt doch Herrn Lauterbach glauben, wenn ihr das wollt. Ihr könnt auch Pinokio-Globen auf den Weihnachtsmann oder in Storch globen. Das könnt ihr alles machen. Das ist eure freie Entscheidung. Macht mit eurem Körper, was ihr wollt. Aber, dass hier ständig die Kinder instrumentalisiert werden und dass hier ständig so eine Scheiße gelabert wird und irgendwelche unsinnigen und nicht verständliche Maßnahmen oder irgendwelche Prioritäten genannt werden. Ach, fliegen darf man jetzt. Dann ist es halt so, haben sie gesagt. Nee, wir haben nur das aus den Flugzeugen rausgenommen, weil wir euch erwischt haben. Weil wir euch bei dieser Lüge und der Heuschterei erwischt haben. Und auf einmal dürfen sie alle wieder ohne Maske fliegen. Ab einer Bahn, wo viel mehr Platz ist. Das ist ganz anders. Ja, richtig. Da steigen die Virus auch manchmal einfach unterwegs aus. Ich weiß, ja, es ist so unglaublich. Und, sag mal, ihr hört doch sonst immer auf die Amerikaner und etwa die Amisern. der Beiden hat doch gesagt, die Pandemie ist vorbei. Macht ihr das jetzt nicht? Ihr macht doch sonst immer so wie ein Hündchen, Männchen, wenn die Amis was sagen. Das nicht, das nicht. Andere Länder drumherum machen es auch nicht. Nur wir machen immer weiter. Läuft, 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 ich weiß, habt ihr schon verstanden. Ja, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Geben Sie mal ein bisschen langsamer Ruhe. Es ist nämlich unerträglich. Und schmeißen Sie Ihre Computer weg oder lassen Sie endlich Ihren Twitter-Account sperren. Oder jeden sind bitte auf, weil das ist langsam gefährlich. Und auch ganz ehrlich, vielleicht für Sie und Ihre eigene Dynamik vielleicht. Die Menschen haben nicht die Schnauze voll. Vielleicht haben Sie noch nicht mitbekommen. Aber ich weiß, ihr alle bekommt ja nicht mit, dass die Menschen die Schnauze voll haben. Ihr macht einfach weiter. Aber wisst ihr, irgendwann ist mal Schluss im Schacht. Irgendwann reißt es den Menschen. Und Unsinnige, nicht mehr Nachvollziehbare, Dinge, die ihr durchsetzen wollt, wie ihr die Menschen für alle bezahlen lassen wollt. Und vor allen Dingen, wie ihr diese Dauerschleife immer wieder zieht. Das ist mittlerweile so offensichtlich, dass man wirklich mit einem Brett vor dem Kopf haben muss, wenn man das nicht sieht. Also man möchte das nicht sehen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir ist es aber jetzt hier um die Kinder. Und wenn ich hier sehe, was hier wieder gemacht wird, ist es schlimm. Denn die Kinder können nicht frei für sich entscheiden. Und wenn dann irgendwelche Leute darauf einwirken, aus welchem Angst, immer weil da jemand steht, der Panik macht um seine Interessen oder sein Ego durchzusetzen, dann ist das gefährlich. Und da muss man darüber reden. Tragen Sie die Verantwortung dafür, für die ganzen Impfschäden, die jetzt passiert sind? Tragen Sie dazu? Nee, Sie sind bloß derjenige, der versucht, das irgendwie klein zu halten, zu vertuschen, zu verarmlosen. Erzählen Sie den Eltern später, wenn irgendwas passieren sollte, wie sie damit leben sollen, was den Kindern passiert ist? Nein, Sie hatten ja damals so gesagt, es ist eine kostenlose, nebenwirkungsfreie Impfung. Nur, war das ja halt nicht so wahr? Och, hat man halt die Drogen, hat man halt die Menschen getäuscht? Sie haben mich getäuscht, sie haben meine Kinder getäuscht, sie haben Millionen von Bürgern getäuscht. Und solche Menschen in der Politik haben da nichts zu suchen. Wenn man Fehler baut, dann muss man das auch zugeben. Hat der nicht, er macht ja keine Fehler, er macht ja alles richtig. Am Arsch macht ihr alles richtig. Was hier gerade passiert, geht auf eure Kappe. Ihr tragt dafür die Verantwortung. Für das, was hier gerade in unserem Land passiert. Genauso auch dafür, und da tragen Sie die direkte Mitverantwortung für das, dass Sie die Menschen haben das Glauben gemacht und das nicht so wahr. Und jetzt stehen die Menschen da und sie sagen, es soll immer weiter gemacht werden. Grüßen Sie mal Ihre Pharmaindustrie, vielleicht warten wir ja schon irgendwann für später, wenn Sie fertig sind mit Ihrem Job. Große, große Posten auf euch alle, könnt ihr alle machen. Fakt ist aber, dass es so nicht weiterhin darf. Macht es, was ihr für richtig hört. Haltet, aber hört auf euren Verstand und vor allen Dingen, denkt daran, es geht hier um eure Kinder, um eure Kinder, um unsere Kinder und nicht um die Machtgeilheit oder die Machtinteressen von irgendwelchen Politikern, denen es vor allen Dingen nur um sich selbst geht. das ist so sehr wichtig. und die Nervnde